Das ist Naruto-1286, herzlich willkommen zu Marvel-Aventures Part 26 und weiter geht's Na komm mal her, mein Freund Es hört gar nicht mehr auf Ne, hört's ja auch nicht mehr anscheinend Oh ne Hm L1, R1, okay Ah ja, okay, wenn der dran steht, ist der automatisch so Ich lass mich nicht in die Riesenkuppelang kümmern Oh mein Gott Oh 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 Nochmal, du, das war unser Fehler Oh nein, ich bin schon wieder Weil es uns jetzt grad geschwindelig wird Klar, wir haben dieses Wachsen noch nicht unter Kontrolle, das ist das Problem Dann wird's hier schwindelig, dann haut sie hin Oh Wir liefern das Heilmittel und sie kümmern sich um die Medien Oh 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 Das vertrauen in Dr. Rappaccinis Fähigkeiten Wie viel davon war gelogen Die Wirkung des Gases ist weiterhin nur von kurzer Dauer Und ohne meine Formel, um sie am Leben zu erhalten Witz Das Gas Sie töten Es funktioniert nicht Es funktioniert nicht Das Gas hat uns die Adeptoids beschert Meine Formel hält sie am Leben Ich müsste nur seine Wirkung bei den Inhumans isolieren, dann könnte ich die Effekte rückgängig machen Es gibt noch mehr Möglichkeiten Wir haben genug Kräfte gesammelt, um ihre Armee zu bauen Wir müssen die Verluste einschränken Beenden Sie es Zeit Nein Nein, halt Warten Sie Nein bitte nicht Was mache ich hier? Ich mag doch gar keine Kinder. Wahrscheinlich ist keiner dort. Wow. Alles gut. So. Perfekt. Krass. Ich bin froh, dass ich jetzt mit dir spielen kann. Das ist krass. Das ist richtig cool. Also mit dir wird's auf jeden Fall definitiv richtig super. Puh. Voll gesetzt. Verdammt. Na schön. Ich bin froh. 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 Das ist einmal. Ist sehr gut. Mal gucken. Bei dem. das liebe ich jetzt schon hier hier mit nahkampfung nennen die ganzen Waffen was er hat und alles jetzt nichts rauskommen kann man auch das ist krass er hat gleich so ein Sprung und dann macht es den Boden kaputt Sie haben die Admin Codes die ich letztes Jahr installiert habe noch nicht ersetzt ein von der Blödsinn Ah, hierhin hat was geöffnet. Ah, ja. Krass, dann haben wir hier gleich was Neues. Okay. Puh. Dann ist jetzt die Frage, wo wir hier durch müssen. Ja, hier vorn aber. Ah, ich hatte halt die ganze Zeit... Dann nehmen wir Tür Nummer 2. Genau. Ah, ich hatte halt die ganze Zeit Wetterballern müssen oder so. Wetter schießen hat nichts gebracht, aber Wetter schlagen hat was mehr gebracht anscheinend. Krass. Gut, dann wollen wir mal. Momentan haben wir hier wahrscheinlich gerade gar nichts. Egal. Oh Gott. Adaptoids? Die kenne ich nur als Pläne. Toth baut hier eine Armee. Hm. Was ist das hier nicht? Kannst du nicht essen, schweigen. Das ist hier schon mal gespeit, ist gut. Dann wollen wir mal gucken. Hm. Oh, gerade nichts. Wow, 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 wow. Ach so. Okay, es hat so aufgebracht. So, gut, es hat geklappt. Warte, machen wir mal Fähigkeitspunkte vielleicht mal gucken. Momentan noch gerade 0, okay. Hätte sein können, dass wir vielleicht haben oder so irgendwas haben. Fähigkeitspunkte kann nicht sein können. Momentan noch mal gucken, dass wir hier alles zerlegen. Das Labor hat eine Priorität. Das stimmt, verdammt. Das ist gut, dass ich es nicht so schlagen kann. Ich hatte auf einen Kampf gehofft. Ich habe eine neue Fähigkeit. Ah ja. Kurz schön da hinten gucken, was es da hinten noch gibt. Okay, da ist nichts. Man hier durch. Dann haben wir schon mal unsere allererste Fähigkeit dafür. Gut. Dann kann ich den hier schon mal einsetzen. Und... Mal gucken, was es da alles gibt. Oho. Oho. Und weiter geht's. Geistert geschweilt. Geistert geschweilt. Da seid ihr ja. Die beschützen garantiert was wichtiges. Okay, da ist nichts. Hübscher Fund. Jetzt wissen wir, wer hier die Fäden zieht. Jahre undercover. Und ein Mädchen aus Jersey City führt mich ins Herz der Operation von AIM. Genau. Wollen wir mal. Ach komm, geh weg. Danke. Okay, geht nicht. Ah, ja, hier geht's lang. Alles klar. Habe ich erst gar nicht gesehen. Wollte ich auch mal sagen. Die bezahlen wirklich ihren eigenen Putsch. Okay. Alles was man hier nimmt, kann ich mitnehmen. Und dann... Okay. Hier ist nichts mehr. Oh, gleich kann ich mich auf den richtigen Kampf gepasst machen. Jetzt ist noch... Wow. Diese Tür schreit ja förmlich. Superschurkenlabor. Okay. Manikas Labor. Finden wir raus, wo sie das Mädchen festhalten. Genau, jetzt heißt es vorsichtig sein. Jetzt heißt es definitiv vorsichtig hier rangehen. Jetzt heißt es hier echt vorsichtig vorangehen. Wo ist das Zellenkontrollfeld? Wo ist das Zellenkontrollfeld? Ich müsste das letzte Lock aufrufen können. Ich sehe es schon kommen. Wenn hier schon wieder Leben steht, was für Leben steht, geht es hier gleich richtig los. Ich sehe es kommen, dann geht es hier gleich richtig los hier. Dann geht hier die Schlägerei gleich los. Ah, hier hinten. Wollen wir mal gleich? Ich würde jetzt brauche ich hier die Sachen mitnehmen bevor ich das hier nicht vergesse gleich. Nur das Leben nicht kaputt. Guck mal. So geht es auch. Cool. Oh Mann, ich sehe es gleich, wie geht es hier los, ey. Ich habe echt ein schlechtes Gefühl dabei, dass hier gleich die Schlägerei losgeht. Was hast du dir nur gedacht, Kleiner? Du hättest nicht kommen sollen. Natürlich. Okay. Wo bist du? Mhm. Dunkles Terrigin? Keins deiner angeblichen Heilmittel funktioniert, Monika. Reizt ihre Kräfte. Das tötet sie. Oh. Du suchst gar nicht mehr nach einem Heilmittel. Die Formel hält in Jürgens nur so lange am Leben, bis ihre Kräfte kopiert sind. Das ist nur eine Tarnung für deine kranken Experimente. Du stielst ihre Kräfte, um Adaptoids zu erschaffen. Ich muss Kamala finden. Mhm. Aber schnell. Alles klar. Was hab ich gesagt? Er Einzler. Oh ja, krieg ich eine neue Fähigkeit damit. Du bist neu. Oh, ich zack. Wir können wohl nicht darüber reden. Oh, 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 oh. Da ist er brutal, Alter. Geh zu deinen Freunden. Oh. Ich wollte schon so oft in eure arroganten, schützlichen Gesichter schlagen. Oh, jetzt kommt noch so eine Hilfe. Oh, jetzt Technology. Oder, mach ich zu? Oh, ich weiß. Oh, nein. Oh, nein, nein! Ich meine, ich bin da zusammen. Oh, nein, nein. Nein! Oh, ohne Witz mit dir zu kämpfen, macht richtig Spaß. Und mit der... Die Terminierungsprotokolle. Kurs habe ich. Ich muss das Gas stoppen. Die Fähigkeit, was jeder hat, ist richtig... Die Fähigkeit, was da hat, ist richtig... Oh, krass. Es funktioniert. Oh. Oh, jetzt nicht nix bei mir. Alter. Das Geist ist unter Kontrolle. Jawohl. Schnell neues Leben auffüllen. Oh. 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 weg müsste im hauptzellblock sein hauptzellblock ok meine güle bevor sich das ganze gas hier ausgeströmt ok oh ja okay nix mehr perfekt gut dann ben ich jetzt hier den Part wir sind in der nächsten Part wieder bis gleich okay